Willkommen in meinem Dungeon. So, das ist es heute bei den Chuzu-Watton-Game-News. Wir schauen uns die Woche vom 11. bis zum 17. April an und es ist nicht wirklich arg viel los, aber es ist auch völlig egal, weil Dark Souls 3 kommt raus. Richtig, am Dienstag, den 12.04. ist es endlich soweit. Dark Souls 3 für PC, PS4, für die Xbox One. Was muss ich noch groß dazu sagen, ein Action-Rollenspiel, mittlerweile das dritte, wer hätte es gedacht. Und neue Mechaniken, wie zum Beispiel Weapon Arts, gibt es in dem Teil, wo ihr komplett neue Movesets kriegt mit den Waffen. Wie gesagt, es hat einiges verändert, es sieht extrem geil aus. Ich werde auf jeden Fall ein Letzt-Play machen, sobald es rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und wir schauen, was es bei den Indie-Games so gibt. Indie-Now. Schauen wir doch mal, was in der letzten Woche an Indie-Games so rausgekommen ist. Ja, der Kollege kann nicht, weil der hat heftiges Eichhörnchen-Aids und ein bisschen Plunderfieber auch noch mit dazu. Also es sieht furchtbar aus. Deswegen schauen wir mal, was das letzte Woche gab, nämlich Glitch Runners. Ein bisschen seltsames Spiel, ein 5-Player-Multiplayer-Spiel. Also ihr kauft es für 13 Euro, kriegt zwei Keys und damit werden mehrere Leute glücklich. Also vier Spieler spielen einen 3D-Sidescroller und einer ist der fiese Kollege, der die Umgebung kontrolliert mit dem anderen Key und eben die anderen. Und daran hindern muss, den Level zu vollenden. Ja, wie gesagt, 13 Euro. Schaut es euch mal an. Und das nächste Game ist Kill2Collect. Ein 4-Player-Koop-Roguelike-Game. Ja, so ein bisschen Gauntlet in Cyberspace. Also Cyberspace-Optik. Kostet 20 Euro. Und das kostenlose Game diese Woche ist Learn2Fly 3. Ja, wenn ihr Bock auf Pinguine habt und den Mond mögt und Pinguine zum Mond schießen wollt, warum auch immer, könnt ihr es machen. Im Prinzip Kerbal Space Program mit Pinguinen. Das ist ein Flash-Game, sieht ganz witzig aus. Und Link ist in der Beschreibung. Wir machen jetzt die News. Hoffe ich. Lebt ja. Alles News von, ist nicht viel passiert. Das PS4-Update 3.5 ist jetzt zum Download erhältlich. Falls ihr euch noch nicht entscheidend entschieden habt, das besagte Download runterzuladen, dann könnt ihr euch ein kleines Video anschauen, in dem die meisten Feature oder einige Features erklärt werden. Und last but not least, falls ihr nicht bis zum 12. warten wollt, bis Dark Souls 3 erscheint, könnt ihr euch einen Speedrun innerhalb von 1 Stunde 42 anschauen, den ein verrückter Koreaner hochgeladen hat. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche auf. Wiederhauen. Das war's weird. Plötzlich hat ein anderer Mann mal ein Nippel in der Hand für einen kleinen Moment und das ist... Da war ich nicht draufgefasst. Naja gut, und hoffen wir mal nicht, dass wir in den Knast kommen. Ja, ich suche ihn, wenn dann du... Wir sind alle viel zu niedlich für den Knast. Ich mach die Passend Indie Games anzukündigen. Ich mach die Passend Indie Games. Okay, ich mach die Passend Indie Games. Ist in Ordnung. Ich nehm dir die Bürde ab. Okay. Entschuldigung, dass mir dein T-Shirt amüsiert. Ja, das geht runter. Ja.